Hiho und willkommen zurück meine lieben Freunde der Zaubererzone zu Battlemages. Sign of Darkness. Also ja, Elos braucht was von uns. Aufträge sehen okay aus. Du hast nichts Neues. Elos hat auch nichts Neues. Imperialer Außenposten hat auch nichts Neues. Wir werden aber trotzdem erstmal über die Brücke marschieren. Und dem imperialen Außenposten helfen. Können wir mal kurz gucken, was gibt es hier drüben eigentlich noch. Also es gibt den imperialen Außenposten, der recht groß ist. Ich glaube rund um den Außenposten gibt es nicht wirklich was Böses. Es gibt glaube ich hier auf der Seite nur die Warrock-Höhle. Halt! This is the border of the imperial lands. No one can pass. Oh. We must. We are chasing thieves that recently crossed that bridge. We're in a similar predicament. We're chasing a band of brigands. We almost captured them, but they escaped into the Elfen Forest. The stubborn queen won't let us enter her woods. What if I kill the brigands for you? Will you let my army cross into imperial lands then? Yes. It's a deal. Okay. Jetzt sollen wir die Briganten töten. As you please. I know this place. Also nicht hier rüber marschieren. It's important not to make a sound. Jetzt haben wir auch die Mission, die Banditen zu töten. Gut. It's important not to make a sound. Das heißt, wir marschieren doch erstmal hier rüber. Am besten hier am Königshof entlang. Also ja, wie gesagt, die Map ist nicht groß. Es gibt hier nicht so viel, was man machen kann. I know this place. Wir haben ja hier nur noch das Brigantenlager. Hier unten die Wüste und den Abschnitt hier hinten. Ach ja, und den Chaosknoten hier drüben. CIS Labor hat nichts für uns. Imperialer Außenbrust hat nichts für uns. Elios. Okay, Kettenpanzer vom Naturknoten. Wie kommen wir an den? Naturknoten ran. Okay, an Dematurknoten vorbei. Also erstmal zu Elios zurückmarschieren. Okay, Kettenpanzer vom Naturknoten. Okay. Als Sie, please. Your instructions. Die hier an dem Naturknoten sind friedlich. Also erstmal liefern wir hier die Quest ab. Dann klappern wir die beiden Naturknoten hier und hier ab. Hier in das Gebiet sollten wir erstmal nicht. Also er hat den Nacktuknoten hier dann noch. As you please. Kriegen wir vielleicht auch irgendwann noch eine Queste für den Chaosknoten hier oben? Oh, der ist schon hinüber. Okay, dann können wir den da einfach lündern gehen. Dann gehen wir das Gold da oben wenigstens holen. Wenn der Chaos-Knoten... Wenn der Chaos-Knoten schon hinüber ist. So, Kettenpanzer. Oh. Nahrung zum Wachs braucht Pyrianon. Ja, Nahrung kriegen wir vielleicht bei den Menschen drüben. Oh, der Nahrung-Knoten ist doch friedlich. Elios hat keinen neuen Auftrag für uns. Der Außenposten auch nicht. Und ziehst Labor sicher auch nicht. Das funktioniert besser, als ich mache. Obwohl er bereits tot ist. Also, ich mache trotzdem diese Geisteraue und die andere Platt. Äh, und den Naturknoten. Dann kriege ich vielleicht das Kettenhemd und kann es Pyrianon abgeben. Und dann kriege ich das Ketten. We can do it! Together! Yes? I know this place! Your instructions. To the attack! We're under attack! To the attack! So, zum Glück sind Pfeile, keine magischen Sachen. Oh, ich habe dich kontaktiert. Oh, ich habe dich kontaktiert. Wir sind bereit. Ja, wie du willst. Ich bin fast da. So, wir haben zwar Verluste hinnehmen müssen, aber wir können ja jetzt heilen. Wir haben ja eine Heilerin. Wenn sie den heilen möchte. Oh, Elios hat ein Angebot für uns. Eine Wolfsgrube. Ah ja, die haben wir die ganze Zeit ignoriert, die Wolfsgrube hier drüben. Können wir dann auf dem Rückweg uns auch noch holen. So, das sollte reichen. Meistens sind ja zum Glück Bäume in den Naturknoten drin, also keine Feen oder Waldgeister oder wie auch immer. Let's move! Und ich nehme es zurück. Hier sind Geister. We can do it, together. Let's move! My troops are under attack. We can do it, together. We are under attack. The most Enchantress is here. I'm coming. It works. I'm almost there. It works. It works. It works. Okay, wir haben einen Krupp Krieger verloren. Nicht gut. Fall in. To the attack. As you please. Aim for the head. This works better than I do. Although he is already here. Oh, I have contacted you. Yes, certainly. Und da ist der Kettenpanzer. Certainly. What would you like me to do? It's important not to make a sound. So. Hups. Die wollte ich nicht. Die wollte zu Elios. Ah, komm. Holen wir uns gleich Meisterkrieger. So. So. Ja, den Mana-Trank und die... ...den Antrieb vor dem Worok-Lager. So, die beiden Sachen gehen wir mal an euch ab. Und... Oh, ich füllen wir mal wieder auf. So. Dann können wir uns als nächstes um die Wölfe... ...dannoyen... 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 Das waren angreifende Wölfe. Man merkt, es geht ein bisschen besser. Oh, und Nahrung gibt es auch hier drin. Und irgendwo hängt einer fest. So. Das heißt, ich gebe euch mal eine Hust. Damit ihr etwas schneller wieder hier seid. Wir geben das Gegengift ab. Looks like the calm days are over.